Vitamin C Intravenös Sauerstoff anreichernd Es macht mehr Sauerstoffkomponenten Vitamin C by mouth ist antioxidant Wenn man Vitamin C über den Mund einnimmt, wird es antioxidativ An den Universitäten, wo die absoluten Fachleute sind Glauben irrtümlicherweise, dass Antioxidant schlecht mit der Chemotherapie sind Ich versuche sie alle zu belehren Ich habe einen guten Start hingelegt, aber es dauert noch ziemlich lange Aber glücklicherweise nehmen immer mehr und mehr diese Ansätze an Vielleicht könnt ihr das selber nicht machen, aber vielleicht habt ihr ein Netzwerk, die euch da unterstützen können Es gibt viele Studien darüber Ärzte mögen gern Wissenschaft Hier ist es Und auf meiner Webseite habt ihr sogar noch eine längere Liste mit wissenschaftlichen Studien Unter dem Knopf Artikel Auf der Oberseite von meiner Homepage Oder wenn ihr möchtet, werde ich es euch schicken Ich mache jede Woche ein Update Und wenn die Ärzte das lesen, dann sind sie überzeugt Manchmal Manche geben vor, Wissenschaftler zu sein und manche sind es wirklich Speziell für diese Krebsarten Bladder Niere Blase Brustkrebs Gallbladder Gallenblase Lymphoma Lymphoma Dankeschön Es ist sehr gut, diese zu behandeln Und es ist sehr hilfreich im Zusammenarbeit mit Chemotherapie Es gibt ein YouTube-Film In Stufe 4 Krebserkrankung Vom Dickdarm Die man nach Hause geschickt hat, damit sie sterben kann In great pain Große Schmerzen Eine intravenöse Behandlung hat ihren ganzen Schmerz weggenommen Drei Tumore sind verschwunden Nach zehn Behandlungen war sie geheilt Seit sieben Jahren kein Krebs, es geht ihr gut Sie kommt und beschwert sich darüber, dass sie alt wird Das tut mir wirklich leid Ich bin sicher, dass sie die krebschen sind Ich bin sicher, dass sie die krebschen ist Drei Tumore geheilt Vielen Dank.